Botschaft Nummer 1392 15. Januar 2023 Das, was nun kommt, wird mit nichts vergleichbar sein. Was es jemals auf Erden gab. Mein Kind, ich, dein Jesus, bin gekommen zu dir, meiner Tochter, die du auserwählt bist, mein und unser Wort, das heilig ist, zu verbreiten, zu empfangen, aufzuschreiben und weiterzugeben. Mein Kind, schreckliche Zeiten stehen bevor, doch fürchtet euch nicht. Der Vater, mein und euer Vater, hält seine schützende Hand über all seine treuen und gläubigen Kinder, die mich, seinen göttlichen Sohn, aus tiefstem Herzen lieben und ihr Leben auf mich, auf ihren Jesus, vollkommen und in Hingabe ausgerichtet haben. Meine Kinder, fürchtet euch nicht, denn es steht eine schlimme Zeit bevor. Habt Mut und haltet durch. Das Ende ist sehr nah, doch wird die Zeit, die nun anzubrechen beginnt, sehr schwer für euch sein. Meine Kinder, tragt Mut in euren Herzen, denn ich, euer Jesus, werde kommen. Dieser Zeitpunkt ist nah, meine Kinder, er ist sehr nah. Der Vater prüft euch, vergesst das nicht. So macht nicht Geld und irdische Annehmlichkeiten zu eurem Ziel dieses Lebens, sondern bereitet euch vor auf die Ewigkeit. Mein Kommen ist nah. Ihr befindet euch in der Vollendungszeit, so zweifelt nicht. Schwankt nicht und bleibt stark. Bleibt standhaft und mir, eurem Jesus, stets hingegeben. Ich sorge für euch. Für einen jeden Einzelnen von euch werde ich mit meinem Vater im Himmel Sorge tragen, und einen jeden Einzelnen von euch werde ich mit meinem Vater durch diese nun anbrechende Zeit des Chaos, Übels und Abgrundtiefbösen hindurchführen. Seid wachsam, denn der, der euch präsentiert wird, bin nicht ich. Ich, euer Jesus, euer aller Erlöser, die ihr mir treu und ergeben und vollkommen hingegeben seid, werde am Ende dieser Zeit kommen. So seid wachsam und haltet durch. Knickt nicht ein, denn mein neues Königreich ist nah, und ich, auf Geheiß des Vaters, werde alle im Buch des Lebens verzeichneten Kinder mitnehmen und erheben. Nicht ein Kind von euch wird verloren gehen, doch wird es eine sehr schwere Zeit für euch. Nur der, der mir wahrhaft vertraut, wird diese Zeit unbeschadet überstehen und durchstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass niemand von euch dem Bösen nachgibt. Die Verlockungen sind groß, doch haltet durch. Wer dem Bösen nachgibt, wird verloren gehen. Sein Name wird nicht im Buch des Lebens verzeichnet sein. So gebt gut Acht, denn diese Zeit wird eine schwere sein. Fürchtet nichts, denn wer wahrhaft bei mir ist, hat nichts zu befürchten, egal wie sehr der Teufel ihn durch seine Machenschaften, Übeltaten, Schandtaten und Missetaten auch zuzusetzen versucht. Glaubt fest an mein Wort, denn es ist und wird sein, wie ich, euer Jesus, Heiland und Erlöser eurer, der ich bin, es euch sage. Amen Mein Kind Mein Sohn hat gesprochen, ich, dein und euer Vater im Himmel, verspreche, dass die Zeit verkürzt ist. Betet weiter, meine Kinder, denn eure Gebete bewahren das Gute in eurer Welt. Fleht, geliebte Kinder, denn euer Flehen erwirkt Milderung. Verkürzung wird euch geschenkt werden und mehr, je mehr ihr sie durch euer Gebet bei mir erfleht. Potenziert eure Gebete, geliebte Kinder, die ihr seid. Alle Engel und Heiligen stehen euch zur Seite und beten mit euch, wenn ihr sie bittet. Erfleht Klarheit vom Heiligen Geist. Er, der euch auf dem wahren Weg halten und führen wird, ist ausgesandt, damit ihr weder der Verwirrung noch der Verirrung eurer heutigen Zeit anheimfällt. So betet und fleht täglich um Klarheit und Stärke, Durchhaltevermögen und Verständnis. Mein Heiliger Geist wird sie dem schenken, der ihn täglich darum bittet. Euer Vater im Himmel Gott, der Allerhöchste Amen Meine Kinder Ich, eure euch liebende Mutter im Himmel, bin gekommen, um euch zu bitten, nun vermehrt meine Rosenkränze zu beten. Eure Welt steht Kopf, das heißt Chaos und Krieg sind dabei sich auszudehnen. Habt nicht nur euer Wohlergehen vor Augen, denn dies wird euch dem Teufel und seinen Handlangern in die Fangarme führen, sondern betet für die gesamte Welt. Es brodelt in allen Ländern der Erde, und Kriege entfachen, wenn ihr nicht betet. Der Krieg in Europa droht zu eskalieren. So betet, meine Kinder, betet. Wer nicht in Chaos versinken möchte, tut gut daran, meine Rosenkränze täglich zu beten. Werdet nicht lau und bleibt standhaft, denn das, was nun kommt, wird mit nichts vergleichbar sein, was es jemals auf Erden gab. Vergesst nicht, dass der Böse, die Schlange, der Teufel, seinen Sohn ausgesandt hat, euch zu betrügen, zu gelügen, zu hintergehen. Er wird euch stehlen durch Charisma und Tücken, und ihr werdet ihm erlegen sein, wenn ihr nicht betet und wachsam bleibt. Nur der Heilige Geist des Vaters wird euch vor diesen Tücken bewahren, doch müsst ihr sie, die Bewahrung, erflehen, das heißt, betet täglich um Klarheit und Stärke, Durchhaltevermögen und Verstehen, denn, wenn ihr dem Antichrist auf den Leim gegangen seid, wird mein Sohn nichts mehr für euch tun können. Jesus kommt am Ende der Zeit, so seid und bleibt wachsam. Die Tore zum neuen Königreich werden geöffnet, sobald die Zeit dafür bereit ist. Der Vater prüft euch, geliebte Kinder, so bleibt standhaft. Denkt nicht an euer Wohlergehen im hiesigen Leben, sondern, bereitet euch vor für die Ewigkeit. Viele Menschenleben werden nun und noch verloren gehen, einähm, davon scheiden, doch liegt es an euch, wo eure Seele die ewige Ruhe oder nicht finden wird. Das ewige Leben an Seite des Herrn erlangt nur der, der jetzt schon mit und für ihn lebt. Wer sich nicht bereit macht, wird bald die Konsequenz davon tragen. Kinder, meine so geliebten Kinder. Die Warnung ist nah, doch solltet ihr bereit für sie sein, um sie aushalten zu können, um um Vergebung auf Knien zum Herrn zu flehen, um nicht im Akt dieser so wundervollen Barmherzigkeit zu sterben und verloren zu gehen. Viele werden sich abwenden, nur weil sie das Licht meines Sohnes nicht ertragen werden können. Begeht diesen Fehler nicht, meine so geliebte Kinderschar, denn Jesus ist Liebe, göttliche, reine Liebe, und nichts Schöneres, Erhabeneres und Wundervolleres gibt es, als mit seiner Liebe umfangen zu werden. Doch müsst ihr bereit für diese Liebe sein, denn seid ihr es nicht, werdet ihr sie durch eure Sündhaftigkeit nicht auszuhalten wissen und nicht annehmen können. Seid also bereit, meine Kinder, für all die nun kommenden Ereignisse und wartet nicht. Alles beginnt sich umzusetzen, also seid bereit für Jesus, meinen Sohn. Bleibt wachsam und wartet nicht. Wer nicht bereit ist für Jesus, wird es schwer haben. Er wird verloren gehen, wenn er nicht umkehrt und seine letzte Ruhe wird qualvoll sein. So wartet nicht und habt alles bereit. Wenn Kriege ausbrechen, fürchtet euch nicht. Der Vater hält seine schützende Hand über alle seine gläubigen Kinder. Keine Seele, die Jesus liebt, wird verloren gehen. Das verspreche ich, eure euch liebende Mutter, heute. Seid bereit, denn Chaos ereilt eure Welt. Seid standhaft, denn das Zeichen des Tieres soll euch eingeprägt werden. Haltet durch und unterscheidet. Der, der zuerst kommt, ist nicht mein Sohn. So bleibt wachsam, standhaft und bereit. Betet meine Rosenkränze, denn sie bewirken viel Gutes. Kriege können verhindert werden durch das Beten meines Rosenkranzes. Tragt Liebe in euren Herzen und betet für die Umkehr, anstatt zu verurteilen. Die Umkehr ist wichtig, meine Kinder, und je mehr sich bekehren, umso schwerer wird der Teufel es haben, seine Ziele durchzusetzen. Der letzte Kampf ist nah, er ist sehr nah, doch werdet ihr noch viel durchzustehen haben. Wer betet, wird bewahrt bleiben. Er wird nicht einknicken und Jesus wird ihn führen und Sorge für ihn und seine Lieben tragen. So bewahrt meine Worte in eurem Herzen. Bleibt wachsam, standhaft und betet meine Rosenkränze. Fleht zum Vater und zum Heiligen Geist. Euer Gebet verändert, also wartet nicht, dass dies oder das passiert, sondern verändert durch euer Gebet. Nie war euer Gebet so wichtig, wie in dieser Zeit. Verfeilt nicht der Hinterlist des Bösen, denn das wird euch den ewigen Tod bringen. Betet, meine Kinder, betet. Der Himmelverein steht offen für euch, das heißt, bittet uns, und wir werden euch helfen. Amen In tiefer mütterlicher Liebe Eure Mutter im Himmel Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung Amen Mache dies bekannt, mein Kind Schwere Zeiten brechen an, so seid und bleibt bereit, meine Kinder Wachsam müsst ihr sein, um zu erkennen, deshalb betet zum Heiligen Geist täglich und erbittet Klarheit Amen Eure Mutter im Himmel Mitterlöserin, die ich bin Amen 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 Untertitelung des ZDF, 2020